Hi, weiter geht's bei AQM. Heute machen wir was besonderes, denn wir graden mal unseren E-Kern ab. Das musste schon lange passieren und heute wird es endlich passieren. Deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Okay, hier ballert's gerade, wir gehen mal da rein und da ist das im E-Kern. Und wir haben ja letzt... äh, da ist das im E-Kern, bester Satz. Wir haben ja letztes Mal noch so ein richtig cooles Item gebaut. Und man sieht auch schon hier dieses... Blau leuchten, wo ich gerade drin war. Hier das hier. Das heißt, in dieser Range können wir fliegen, weil wir das gebaut haben. Richtig gut. So, wir brauchen allerdings noch ein paar ME-Blöcke, also die Controller. Dann muss ich den Shader ausmachen. Es ist mittlerweile so weit, dass wir mit Shader nicht mehr so flüssig spielen können. Und wir brauchen jetzt Controller. Mach mal einen mehr zur Sicherheit. 35 müsste auch schnell gehen, weil die Sachen haben wir alle. Dann brauchen wir noch ein paar dickere Stromkabel. Und wenn wir Refined, Iron Ingots nehmen und Rubber... Aber Rubber ist echt Mangelware geworden, ne? Weil ich so viele Solarpanels bestellt habe. Ich hoffe, die reichen, ey. Okay, jetzt ist das Ende. Und das sind quasi die isolierten HV-Kabel. Und die können 2048... Richtig, Peter. Die schaffen eine Übertragung von 2048. Ah ja, 2048. 2048 Leiten. Perfekt. So, dann brauchen wir noch ein Kabel, ein ME-Kabel. Da nehmen wir, glaube ich, aber auch ein dickeres. So ein Flux-Stand, das wäre noch cool. Wie viele Blöcke wären es, wenn der äußere Rand 7 mal 7 ist? 7, 7 sind 14 und 12. 26, oder? 26 Blöcke? Heute einfach Matemann. So, und jetzt fliegen wir hier mal hoch. Oh, warte mal. Eigentlich können wir den noch unten in der Mitte platzieren, oder? Ne, ist okay, passt schon. Äh. Wir packen den jetzt mal hier hin. Fühlt sich fast an wie Creative Light. Das ist voll gut. Da rein kommen jetzt die ultimativen Solarpanels. Und ich nehme die jetzt auch mal mit. Und vielleicht sollte ich jetzt endlich mal den Magneten auspacken. Jetzt geht gleich nehme ich das ME-System aus. Das wäre nicht so cool. So, die Schränke können erstmal stehen bleiben. Vor allen Dingen Schränke sind immer gut. Wir fliegen wieder hoch. Nein, jetzt habe ich 24. Warum? Warum mache ich denn nur 24? Schnell nur eins bauen. Ah, ne geht nicht. Schon aus. Da fehlt jetzt echt eins, ne? Okay, kann man nichts machen. Boah, wir müssen unbedingt eine Rüstung mal haben ohne diese Elytra. Die ist zwar cool so zum Reisen, aber zum Bauen und so ist die echt nicht so cool. So, das sind jetzt 24. Äh, ja doch, 24. Das ist nicht so gut. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer und verbinden jetzt alle mit einem vernünftig dicken Stromkabel. Das ist echt weird. Genau, da kommt noch eins hin. Das ist verbunden. Das ist aber echt schon so ein bisschen verbunden mit den Kabeln. Hatte ich auch noch nie. Keine Modpack, dass man so komisch klicken musste. Ganz gefährliches Ding. Oh, ich habe jetzt mal eine Frage. Warum habe ich denn ein Herz mehr? Und ein halbes Herz zumindest. Warum? Seit wann? Was ist passiert? Wieso? Fragen über Fragen. Man weiß es einfach nicht. Hatte eine aufgepasst? Alles verbunden, oder? Dann kommt jetzt hier der Energy Acceptor hin. Top. Und da drum kommen jetzt die Dense Energy Cells. Wie viele haben wir eigentlich? Neun. Das heißt, da drunter kommen die. Boah, die scheinen aber ordentlich zu ballern da oben. Ich kann auch die Füllmenge an den Zellen sehen. Die laden sich von innen nach außen auf. Also je mehr drin ist, desto blau leuchtender die. Also hier zum Beispiel ist wenig drin, da ist wenig drin und die sind voll. Und die laden sich gerade von außen nach innen auf. Jetzt wird die gerade voll und jetzt müsste die voller werden. Yo. Ach, wegen RPG Stats, ne? Wo hatte ich die nochmal draufgelegt? Hier nicht? Da? Auch nicht? Was ist passiert? Einfach Autolaufen angemacht. Auf irgendeine Taste hatte ich die gesetzt. Aber keiner weiß mehr welche. Cool. Da ist einfach alles vorstellt. Egal. Irgendwo waren die. Sind wahrscheinlich die RPG Stats, die jetzt hochgegangen sind. So, oben der Kern ist voll. Jetzt geht das ME-System hier runter. Und geht... Ja, eigentlich in der Mitte von dem Kern. Warum leuchtet der eigentlich noch? Wahrscheinlich hat der Anzeige backt wieder, ne? Hier, guck mal. Wenn du dir anklickst, ist der wieder weg. Top. Ich mag vorbackte Kerne. So, da kriegt der Strom. Der ist aber echt schon groß, ne? Muss man jetzt sagen. Und sieht gar nicht so cool aus, wie ich dachte. Ah, hier fehlen noch die Streben da unten. Ah. So nämlich. Und ich mach mal den Kern überall an. Das ist total dumm. Warte mal. Heißt das, wir können noch mehr bestellen? Warte, wir brauchen noch drei. Ne, zwei. Und zweimal drei. Acht. Also Controller. Acht Stück, bitte. Boah, bitte lass mich genug haben. Bitte, 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 bitte. Ja. So, da nochmal acht gebaut. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Oh. Das muss weg gleich. Ne, jetzt muss weg. Sechs, sieben, acht. Eigentlich könnte man denn sogar einen nach oben noch setzen, ne? Können wir den einen Block nach oben bauen. Das wäre schon cool. Aber wenn wir hier den Rahmen nachher noch reinbauen, ist das, glaube ich, gut, die Höhe. Weil dann ist das Loch genau auf Augenhöhe. Das passt. Das ist gut. Können wir einen Fernseher reinbauen. Oh, ich habe eine Idee, wie wir das ein bisschen abrunden könnten. Wofür sind diese Controller? Macht die Menge etwas aus? Das ist quasi vom ME-System der Kern. Also sprich, das ist alles, was das hier managt mit dem Autocrafting und so. Und die Größe des Kerns bewegt eigentlich nur eins. Und zwar, dass du mehr Plätze hast für Kabel. Also kannst du dann mehr anschließen an dem Kern. Der muss nicht so groß sein. Einer, der kleiner ist, ist auch effizienter. Der verbraucht nicht so viel Energie. Jetzt brauchen wir noch Concrete Stairs. Und wir müssen auf dem Dach, ich glaube, da müssen wir auch noch Stairs bauen. Könnte sein, dass das dann zu wenig ist. Also wir brauchen noch einen Stonecutter. Haben wir hier noch einen drin? Natürlich nicht. Aber den kann ich auswendig. Eiden. Ganz früher bei Minecraft musste man jedes Rezept auswendig kennen. Oder man musste eine Seite offen haben, wo alle Rezepte drin standen. Das Problem war einfach, dass... Also es gab kein Questbuch, beziehungsweise kein Crafting-Rezeptebuch. Aber andersrum gibt es ja heute auch viel, viel mehr Blöcke, die man bauen kann. Also alles gut. Top. Ja, hier unten müssen wir auch noch ein bisschen schöner bauen. Wir kommen jetzt wieder hoch. Ah ja, hier. Hier ist der, hier ist der gute Weg. Der normale Weg nach oben war da. Dann machen wir... Guck gerade mal. Das wäre dann die Höhe, oder? Hier ist bestimmt mega dunkel hier oben, können wir mir vorstellen, oder? Dann müssen wir leider noch mal die blauen Lampen einbauen. Wenn das einigermaßen gleichmäßig ausgeleuchtet ist hier oben. Und da drüber machen wir dann noch... Ich glaube, ganze Blöcke dann. So. Oder daneben. So. Wenn man hier noch ein bisschen öffnet nachher und vielleicht noch ein Gitter oder so reinmacht. Obendrauf fehlt noch das Solarpanel. Und hier am Rand, würde ich sagen, nehmen wir noch mal diese Bricks. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, wie das aus dem Dach rauskommt. Und das Dach hier wird ja auch noch grün. Mit der Zeit. Also es vergammelt langsam. Und dann haben wir weiß und grün. Das ist, glaube ich, cool. Und so sieht es einfach mit Shader aus. Aber dann können wir mal ganz kurz hier gucken. Eins. So, keine Null in der Ecke. Ja, nice. Und aufgeräumt. Der kann weg. Jetzt ist die Frage, wo packen wir die Serverschränke hin? Ich würde sagen, hier auch in dem neuen Haus, oder? Also hier. Vielleicht machen wir einfach das hier weg. Und wir ziehen die Lampen einfach durch. Haben wir zwar gerade gespart, aber wenn wir jetzt hier so die Lampen noch durchziehen. Ja, ich glaube, das ist echt cool so. Und oben dann auch noch, ne? Können wir eventuell austauschen. Top. Ah, der war nicht so top. Muss ich mittig zielen. Also folgendes. Den machen. Dann den nehmen. Auf 1. Austauschen. Austauschen. Jetzt haben wir es aber, oder? Okay. Ich glaube, ich habe es gecheckt. Korrekt. Dann kann man hergehen und... Jo. Genau, durch den Boden gucken die auch nicht, ne? Das heißt, die anderen Einheiten kann man locker da drüber bauen. Ich mache mal die ganz kurz weg. Aber komisch mit dem Anzeigepfehler eigentlich, ne? Dann kommt... Ne, der ist falsch. Der kommt da hin. Jetzt haben wir aber auch nur 12k, ne? Aber ist nicht schlimm. Wenn wir sagen, oh, wir brauchen noch was, kann ich die noch notfalls da hinbauen. 1, 2, 3, 4, 5. Top. Jetzt gehen wir raus und wieder rein und alle sind fertig. Zumindest haben wir jetzt mal vernünftige Schränke da stehen, die arbeiten für uns. Ach, da oben ist ja noch gar nichts. So, wir fliegen mal kurz hoch. Nehmen das Building Gadget. Sagen... To me... Der Elevator. Crafting Raum hat ein Update bekommen und der Server, beziehungsweise das ME-System, sieht jetzt auch fertig und komplett aus. Ich glaube, von einer Batterie her reicht das. Oder von der Größe der Batterie reicht das. Und das nächste, was kommt, ist hier oben der Disketenschrank, beziehungsweise der Serverraum. Dafür bräuchte ich allerdings noch neue Kabel. Und deswegen... Tschüss!